Ja, hallo zusammen. Wir sind heute beim Polizeibekleidungscenter, denn heute kriegen wir unsere Uniform und noch ganz viele weitere Teile. Und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Der Einflusswagen hat sich schon ein bisschen gefüllt. Wir können mal gucken, was wir hier drin haben. Wir haben einmal noch eine winddichte Innenhose bekommen. Zu der Hose nochmal eine. Ein Trainingsanzug, ein Unterziehrolli, einen habe ich noch an, Lederhandschuhe und die Hose. Ja, und natürlich den Pullover. Jetzt wollen wir weiter. Ja. Ja, nicht gerne. Wie ihr sehen könnt, ist der Einkaufswagen schon wieder ein bisschen voller geworden. Händen kommen gleich noch, Mütze haben wir. Den großen Schutz haben wir gerade auch schon anprobiert. Es füllt sich, aber wir sind noch nicht ganz fertig. So, Einsatzanzug hatte ich gerade anprobiert. Wir sind jetzt mit den ganzen Klamotten soweit durch. Jetzt gehen wir noch weiter. Ich glaube, Schmurung kommen noch. Die letzte Tasche ist eingeladen. Die andere ist vorne, weil die nicht mehr in den Kofferraum passt. Zu Gebrauch kommt es leider erst im Januar. Da bin ich im LRFP und ich werde euch dann auch berichten, wie es dann weitergeht. Bis dann! Vielen Dank.